Wenn ich auf der Straße steh, dann seh ich lauter Katzen, die dort hocken und die in die Ecke kacken und ich frag mich, warum haben die dann Katzenklo? Ich geb ihnen immer Apfelmus zum Essen und dann sehn die Katzen immer wie Guido Westerwelle aus Ja, es ist ein einziges Gehuwaboo in meiner Wohnung 4, 5, 6, 7 Kaffee essen, alles mögliche Aber leider nicht das, was ich hier immer hab in meinem alten Schrank und zwar Toastbrot Katzenklo, Toastbrot Das steht bei mir zu kauf Katzenklo Und das Toastbrot Das steht oben drauf Die Katzen springen immer Sie springen immer in der Wohnung rum Und dann, dann springt er Er zieht die Player Katzenklo, Toastbrot Ja, das essen sie den ganzen Tag Katzenklo, Toastbrot Und das kommt dann hinten raus W YouTube Vielen Dank! Wir machen das hier nicht ganz für nichts Es ist gerade bundesweit ein riesen Ausscheid gelaufen Überall in der Bundesrepublik gibt es wahnsinnig tolle Improtheatergruppen Die haben sich qualifiziert die spielen jetzt in Berlin eine Woche lang hier für euch in verschiedenen Berliner Theatern und wollen dann gewinnen, wollen dann den Impro-Cup gewinnen. Also wenn ihr Bock auf Impro habt, musikalische Impro oder auch Theater-Impro, kommt hin, guckt euch das an, Improvisations-Cup, Theatersport Berlin. Okay, danke, das war super bei euch, super. Oh yeah, super Freestarting. Oh, yeah, a really good Freestarting, yes.